Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 15 Spieltagsprognose vom 15. Spieltag aus der ersten Fußball-Bundesliga. Wir spielen das Sonntagsspiel Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach und ich bin zu Gast mit den Fohlen in Leverkusen beim Florian. Hallo zusammen. Auf was hast du jetzt gewartet? Wie, auf was habe ich gewartet? Weil du den Satz jetzt so halb angefangen hast. Welchen Satz? Du hast deinen letzten Satz, ja? Ja. Den hast du so betont, als ob da noch was nachgekommen hätte werden sollen. Nachgekommen hätte werden sollen? Ja, ist jetzt egal. Ich muss jetzt hier... Weil ich bin müde. Ich bin in mein Bett. Mit deinem Schnuffeltuch Haia Bubu machen. Ich habe kein Schnuffeltuch. Dein Wichstuch? Noch schön ein Pörnchen gucken? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Alle, alle sehr gut. Da ist absolut nichts falsch gelaufen an dem Schuss. Wirklich. Und spreist euch zusammen. Scheine nur, komm, den machst du direkt. Machen direkt. Das kann er doch. Ja, komm. Ja, komm, Kruse. Ja, sehr gut. Das kann er doch noch mal sehen. Ja, das kann er doch noch mal sehen. Ja, das kann er doch noch mal sehen. Ja, das soll vielleicht den Torwart nicht auslaufen. Ich erzähle dir jetzt mal lieber nicht, was der Kommentator gesagt hat, weil sonst regst du dich wieder über die Sprüche auf. Komm schon rein. Sehr gut. Sehr gut. das ist das erzählst du immer dass du schon machst aber ich sehe es nicht du hast doch vorhin eine stunde lang erst einmal die mannschaft umgestellt und dann trotzdem das darf man ja wenn es das spiel zur verfügung stellt dann darf man das das mache ich jetzt übrigens auch ich weiß nicht ob ich kuse durch die reihe kommt die kuse kann noch ein bisschen bleiben da geht noch mal eine gnadenfrisse aber wenn man jetzt nicht macht dann war es das so auch hier bringen wir wieder ein bisschen mehr geschwindigkeit ins spiel über die flüge das war ich gemein also das also so was hier macht man nicht also das ist jetzt hier achte der grüße der springt hoch aber duckt sich dabei so lächerlich wirklich weil das kann doch kommen war das grüße ja weil das kann guck dir das an gehört ein abwehrspieler direkt mal auf mit rennen das ist das ist eine typische fifa krankheit die machen die machen die abwehrspieler teilweise trotzdem also da könnte ich mich auch auflegen genau wie hier da geht ja nicht ran als ob der ball irgendwie eine krankheit hat auch kommen gibt abstoß ganz unverbindlich als ob der der ball irgendwelche cholera bakterien so an sich hat das kohler bakterien kohler bakterien ab jetzt wo ich weiter zu dürfen auch schwenker um schwein gehabt weißt du hast du du gehst mit sowas von offen bis hier kriegst du erst dass da mir voll die die packung mit echt das ist übertriebene herbe mein freund ist es mir jetzt scheißegal ich will jetzt ich will jetzt hier bleibt ja mitten im laufen stehen und guckt blöd es gibt es nicht sind dabei jetzt nicht gehen aus okay damit kann ich gut leben wir hier darum bild einer den sehe ich da noch nicht sind nur die die jubeln sehr gut so wünsche ich mir das von den folgen einen schönen knappen aber hochverdienten sieg so wird es auch ausgehen gut den pokal den sie jetzt bekommen werden sie wahrscheinlich nicht erhalten ach herrlich das ist das lied was die immer singen wenn ein kleid auf dem tor schießt true story das ist ja das war jetzt das war jetzt wissen des wissen lektion 1 ja wissen des wissen wissen das wissen wissen das wissen wissen das wissen woher willst du das wissen weil ich jetzt weiß ja ganz besonders schön aber der hätte auch reingehen können oder hätte ich mich gefreut schön aus der drehung nach der raffael dem hätte ich gegönnt das netter das netter der dürfte mir auch eine bock verspendieren hätte ich nichts dagegen dann bedanke ich mich fürs mitspielen herzlichen dank fürs reinschalten und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss ikowski und tschüss